So Leute, da sind wir wieder mit South Park Fuck the Conformists. Mit mir, der Jutes und der lieben Sefi. Wieder mit den Conformisten! Ja. Und wir gucken mal, was hier so abgeht. Ja. Was zur Hölle kriegst du da rum? Ich kann ja gar nicht hauen. Ich kann nicht mal rennen. Ich da so rumhüpfe. Boing, 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 boing. Hallo. Aha. Guten Tag. This is a PTA meeting, young man. Be on your way. Ein schwarz-weiß-Bildschirm. Stehe auch gleich perfekt. Achso, ich kann hier wieder rumkacken. Das muss es ja auch mal sein. Durch die Hose. Nein, die hat sie sich dir angezogen. Ah, gut. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Oh. Hallo? Habe ich den jetzt nicht aufgenommen? Ach, scheiß drauf. Das Spiel braucht vielleicht ein bisschen länger. Vielleicht kannst du den auch nicht aufnehmen. Aber da war ja einer. Man hat ja die Beine gesehen. Jetzt ist der ja weg. Hm. Egal. Also ich dachte, ich kann man lesen, was da eingekriegst. Aber nur. Das hat sich ja voll gelohnt. Boah, hast du eine Quackwurst gekriegt. Ach ja, das ist der Frauenklo. Hältst du wieso nicht hin? Da hältst du dich wenigstens dran. Das ist das Schöne, was mir jemals gesagt hat. Sollte ich wirklich einen gröseligen Typen auf die Toilette folgen? Ja, ich muss erst mal kurz gucken, wie das da war. Oh. Oh. Wie man einen kurz blocken kann. Echt? Ich bin gerade. 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 Ich bin hältst. Du. Du Scheiße! Oh Gott! Wollte ich ernsthaft verarschen? Oh! Da hat sich früh losgelassen! Ey, guck dir mal die Stellhauern an! Habe ich doch! Guck sie dir noch mal an! Oh, da habe ich zu lange mal! Ich glaube da hat aber bestimmt mehr Probleme! Ich sehe leider immer nie, weil ich zum Schluss da den R-Knopf hochdrücken muss! Halten! Drücken! Ja! Ja! Ich denke das ist richtig! Na ja! Ich finde es aber doof, dass man das nicht vorspulen kann! Ich meine es ist ja jetzt nicht so, dass ich so viel Alzheimer habe! Ich finde das auch mit der Steuerung mit dem L-Stick ziemlich komisch! So, endlich! Nö! Ich bin so gut! 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 Jetzt benutze was ich dir, um in die Taco Bellen zu spüren! Find out, was sie sind und reporten hier! Und egal, was passiert, niemals auf jeden Fall! Ich bin so gut! Das ist nämlich so ne Männerregel! Tja! Gut, dass wir uns als Frauen nicht dreiten müssen! Richtig! Kann ich nicht einfach Schilde eben anpacken! Hey Stan! Stan, kommst du mit? Ich will da nicht alleine hin! Hey Stan, kommst du mit? Was denn? Und das kommt drauf an, wo wir hingehen! Das wird auf jeden Fall keine Kanalisation sein! Ja, das ist schon mal etwas! Ach, ich will mich erst mal umziehen! Die Goss-Klamotten eignen sich nicht gut für einen Kampf! Das kann ich mir vorstellen! Was habe ich hier denn noch? Vielleicht zwei irgendwie auch so... Irgendwie wieder als... Ne, ihr wisst schon! Natürlich ist jede Runde mit dem Glauben an die Menschheit! Oh, gute Handschuhe! Was habe ich denn noch? Ach, außer... Ach, scheiß drauf, ich nehme die! Ich will rennen! Rennen? Ach, da ist rennen! Oh, was sehen denn meine entzündeten Augen? Oh! Oh, wie süß das Ding ist! Sehen wir mal was? Hallo? Das war's! Naja... So! So, das Taco Bell! Komm, Stan! Wir plündern das Taco Bell! Aber steht ja doch gar nicht! Oh, ich wollte ja nicht hier hin! Achso, es geht ja nicht! Achso! Scheiß Straßensystem! Oh, mein! Ich glaube, das war irgendwo hier oben, meine ich! Ja, meine ich auch, und jetzt weiter nach links! Links, die Seite rechts! Das kann auch sein! Da! Ist das nicht das? Ja, das ist es! Wie das aussieht! Zu nutzen, ziehe R nach unten, lass los wie ne Furz anzusenden! Steuer mit L! Wo ist ich denn so? Da! Okay! Wo soll ich den denn hinfutzen? Ich finde die Erklärung ein bisschen seltsam! Ah ja! Okay, ich muss das eben mal kurz ausprobieren! Bla bla bla! Ja! Was? Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Wurde hier nicht mal eine angeschossen? Ich glaube, die Leiche haben sie schon beseitigt! Das muss ja wohl! Wir haben sie auch gesehen! Ich seh auch gar nicht! Ach, da ist ein Furz! Okay! Da! Hier! Achso! Okay! Okay! Na toll! Wenn ich hier nur einen halb! Schnell! 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 Ohne sie im Kampf zu! Auszuscheiden! Ohne sie im Kampf zu! Toll! Ich steck mich auch hier! Oh, ich brauche einen Schlüssel! Wahrscheinlich muss ich ihn ausnocken! Ich will jetzt mal warten! Mh-hmhmhm! Jetzt mal warten! Entschuldigung! Kein Problem! Du darfst das! Geld! Nicht Geld läuft es drum. Was willst du mit zwei Bleistiften? Was gibt es hier so schönes? Ist da was? Ein leuchtendes Kristallstück. Was für stört der Läder? Also das nicht! Oh, Wunschgestein! 50% Frostschaden. Sehr gut. Kann ich gleich mit meinem anderen austauschen. Das finde ich sehr, sehr gut. Hallo? Ändern. Kannst du da nicht Feuer und Eis draufpacken? Ja, hab ich von angewidert halt noch besser. Könnte noch ein bisschen rumkübeln und sich nicht heilen. Oh, da fällt mir auf. Fällt mich ein und dann auf. Ein Steinhammer und ein rostliches ... etwas. Das sind zwei Handwaffen. Kann ich hier was machen? Ach, ich kann da rein. Oh, hier ist er abgeschlossen. Aber so far, wir haben uns nicht möglich, die UFO zu verhindern, die toxischen Waste zu verhindern. Wir haben alles, was wir können, aber es gibt keine Garantie, dass ein Ausfall nicht passieren. Was soll da gewesen sein? Äh, ich glaube Heilzeichen. Ach so. Was soll da gewesen sein? Äh, ich glaube Heilzeichen. Ach so. Was soll da gewesen sein? Wir haben ein großes Problem. Okay. Wir müssen komplett obliterieren alles in eine 3-Block-Radius. Finds locations für die Bombs und verraten es alles. Dann machen wir eine falsche Geschichte über eine Erdbewegung. Wir können die Erdbewegung dieses Mal, wenn wir schnell genug sind. Los geht's! Alles, was wir gerade gesprochen haben, wurde auf dieses Bild. Ich werde es alleine hier für ein paar Minuten. Dann kommen wir später und haben es in Christian. Geil! Oh, es hat sich ausgeschaltet. Oh, das ist nicht gut. Sie ist einfach ausgegangen.